Marina Kalyurand ist eine estnische Diplomatin. Seit dem 16. Juli 2015 ist sie Außenministerin der Republik Estland. Diplomatin Marina Kalyurands Vater ist lettischer, ihre Mutter russischer Abstammung. Marina Kalyurand machte 1981 ihr Abitur am heutigen Tolina in Gliese-Kolletz in Tollen. Anschließend studierte sie bis 1986 Rechtswissenschaft an der Universität im südestnischen Tattoo. Nach Wiedererlangung der estnischen Unabhängigkeit trat sie 1991 dem neu gegründeten diplomatischen Dienst Estlands bei. Zunächst war sie in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Von 1992 bis 1996 war sie Referatsleiterin für völkerrechtliche Verträge in der Rechtsabteilung des Außenministeriums. Sie absolvierte daneben Aus- und Fortbildungen an der estnischen Diplomatenschule, der Tufts University, der Universität Laplenz, der University of Pittsburgh und am Civil Service College im Vereinigten Königreich. 1996 bis 1999 arbeitete Marina Kalyurand an der estnischen Botschaft in Helsinki. Von 1999 bis 2001 war sie Leiterin der Rechtsabteilung des estnischen Außenministeriums und von 2001 bis 2005 unter Staatssekretärin für Rechts- und Konsularfragen. Von 2004 bis 2006 war sie außerdem als estnische Botschafterin in Israel akkreditiert. Von 2005 bis 2008 war Kalyurand Botschafterin der Republik Estland in Moskau. Von 2008 bis 2011 war sie im Außenministerium in Tollin unter Staatssekretärin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit. Von 2011 bis 2014 war sie estnische Botschafterin in Washington, die c. Punkt. Anschließend kehrte sie nach Tollin zurück und war als Unterstaatssekretärin für Rechts- und Konsularfragen zuständig. Außenministerin Nach dem Rücktritt von Außenministerin Kalt Pentus Rosi Manos ist Marina Kalyurand seit dem 16. Juli 2015 im Kabinett von Ministerpräsident Tavi Roy was estnische Außenministerin. Sie ist parteilos, steht aber der liberalen Reformpartei nahe. Sport Seit 1975 war Marina Kalyurand auch als Spitzensportlerin aktiv. Im Badminton gewann sie mehrere nationale Titel in Estland. Privatleben Marina Kalyurand ist mit dem ehemaligen Badminton-Spieler Carle Kalyurand verheiratet. Das Paar hat die Tochter Kaiser und den Sohn Christian. Beide Kinder sind ebenfalls als Badminton-Spieler aktiv. Berogung Property Beide Big Beide 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 准